Wollen wir besser gucken? Genau, ruhig einfach dahinter stellen oder so, genau. So, diese Künstlerin ist Udo und Strathmann aus Marisch. Die drei Titel Unterweg ins Innere und Entladung. Die verwendete Marmormehl, Pigmente, Weiß, Weiß, Pflanzern. Weiße, Wachs, Sand und Tinte. Beim Auftragen und dem anschließenden Trocknungsprozess der Spachtelmasse entsteht zufälliges und Unvorhergesehenes. Den weiteren Weg zeigt das Material. Spuren werden verfolgt, auf- und wieder abgetragen. Es entsteht eine Komposition aus Farben und Strukturen. Vielen Dank.